Meine geliebten Kinder, bevor alles zu brechen droht und es für alle unerträglich wird, werde ich mit einem großen Ereignis einschreiten. Ich werde es euch am Himmel zeigen, dass meine Existenz wahrhaftig ist und ich werde dies gleichzeitig in jedem spüren lassen. Jeder wird es wahrnehmen können. Jeder wird meine Existenz als wahren Schöpfer spüren. Es wird dann einen neuen Morgen geben. Die Menschen werden die Augen und Herzen geöffnet haben für die großartige Existenz der Schöpfung, in welcher sie selbst existieren. Sie werden die Wahrheit spüren und wissen, wer sie sind. In diesem Moment, nach diesem Moment werden sich die Menschen alle wieder in ihr göttliches Sein ausrichten und in ihr wahres Wesen finden. Dieser Moment wird alles verändern. Für diesen Moment muss die Zeit noch reif werden, denn wir sind noch nicht an dem Punkt der totalen Wandlung angelangt. Viele Dinge müssen vorab geschehen, sie müssen ans Licht kommen, bereit sein, um diesen Moment auslösen zu können. Es ist meine Entscheidung, wann dieser Moment in der Geschichte des Kosmos sein wird. Ihr, meine Kinder, werdet spüren und wissen, wer ihr seid. Der große Paukenschlag in der Entwicklung der Menschheit im Kosmos wird kommen. So steht es in meinem Plan.